Und dann geht's ja los Alles was jetzt über die Stränge schlägt, geht nicht mehr So, da ist auf jeden Fall Musik Achtung, Freitzen darfst du jetzt wahr? Ich hab auch ein bisschen was bei mir drin Ah, hier ist auch voll 4 BWs seh ich jetzt 5 6 6 BWs Wie ist das auch gestern, weil wir sieben da unten sind? Kita Nord, mit Min Wie hässlich Kita hat halt Min im Norden 3 zuvor schon kein Sub gesehen beim Start Kein Sub gesehen, ne? Irgendwann die sind direkt getauft Sub vor Findet's heraus Halt mal den Sky, Jörg Sub vor, ja Ja Go 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 Norden, Süden, Mitte, bitte, Sub vor Klatsche, fett Süd Wiesste, da muss man sagen, wenn's da oben war, ich dunkel bin, ich hab immer neins da Aber mir retweeten sie jetzt nach und nach Auf der Heli, auf der Heli, auf der Heli, auf der Heli ist hier ein dicker Ich klatsche, die geht noch im Gas Ich klatsche, die geht noch im Gas Ja Er ist geprescht Mach mal ein bisschen Druck im Norden, äh, im Süden Er steht nicht auf einer Linie mit Im Süden Norden Mach dir, drück mal ein bisschen die Seite Und fang dir keine Und holt die, und holt die Kaiserhaut Warte, warte, wir sind alle an Ist haben wir dunkel im Süden oder ne? Ja Ja Nicht vergessen auf den Minen im Norden Ganz kurz warten 5 Sekunden Da kommt der nächste Scout rein, warte wieder Kakadu, warte wieder Fuck Fang dir keine jetzt hier Raus, Nobody Du nicht Raus, 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 raus Nobody raus Unterstützt Nobody Verteil ich den nochmal Da Alles gut Alles gut Danke für dich, Mo Worden ist total versäucht von Bienen Oh, ganz witz Thanks for smoke Klatsche, du musst es wieder drücken Jetzt drücken Wir schaffen das drücken Drücken Drücken, nur drücken Nein Klatsche, Klatsche ist im Moment Klatsche ist im Moment Perfekt Sehr schön Und jetzt die Kaiser Irgendwie Drücken Noch nicht auszuschießen, noch nicht auszuschießen, müssen wir reparieren Ist egal, wir waren ja auch Ja, noch nicht, ja gut UV ist weg U-Boot entdeckt U-Boot entdeckt auf B3 B3? B3, ja Alles klar W-Boot ist Deins Wir sind auf die L2 da oben Dann kann ich auch ran Für Auf die L2 im Süden mit AP Da hat sich ein Sub versteckt. Ne, das war ein Torpedobomber, glaube ich. Wo sind die Subs? Ne, ne, das war ein Torpedobomber. Koordinaten. Immer Koordinatenansagen. Natürlich. Charlie 3 ist ein Sub. Du schießt mal die Kita da, bevor die noch mehr Mienen. Jetzt mal ne taktische Frage, wie hat's denn so denn bei dir? Ähm, ähm. Okay, so. Ja. Ich mein, das waren zwölf Stück. Man kriegt gerade jetzt zwei, also einen EBB und einen, äh, so. Ich hab ungefähr... ...sechs, sieben, acht drinne gehabt, circa. Oh, gut, verwechst, jetzt kacatou gleich. Raus da. Kakatou raus jetzt. Was ist denn da? Hört auf, so risikoreich zu fahren. Was, 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 was? Aber nicht zu viel. Lass mich nur reparieren. Holt repariert. Hört, ja. Was ist denn da? E3. Dora3. Ja is weg, is weg, is weg, is weg, is weg, is weg, is weg. Oh, selber weg. Oh, wie schaub ich denn noch aufs? Ich hab's nicht weg. Sub ist weg. Sub ist weg. Letztwort setz du mit dir heute. Oh, ich bin weg. Leute, unterstützt doch mal von der Mitte den Süden. Und jetzt auf den... Auf die Armage. Ich bin weg. Oh, keine Ahnung mehr. Ähm, Octo? Ja? Auf die Degras. Jetzt. Ja. 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 Ja, Marc. Jetzt die... die Gras. Ganz schnell. Eins, Cv6 weniger. Ja. Dann holt euch jetzt die... Wieso greift mein Fighter diesen... Luffy nicht an? Was gibt's doch noch? Bugfighter. Ja. Alles klar. Wir springen jetzt auf Sony. So...